Die Dunkelheit hat viele Gesichter. Manche Dinge lässt sie im Verborgenen. Anderes bringt sie erst richtig zur Geltung. Ich hab das noch nie gesehen, ich bin begeistert. In dieser Folge hinreisend geht es hoch hinaus, über die Dächer der Stadt. Und tief hinunter durch ein Labyrinth aus Höhlen und Gängen. Es ist ganz viel Abenteuer, ganz viel Entdeckerlust. Wir wagen uns in dunkle Ecken vor. Und lernen die kennen, die die Nacht zum Tag machen. Was Sachsen-Anhalt zu bieten hat, wir bringen Licht ins Dunkel. Für unsere drei Aktionen im Dunkeln machen wir uns auf nach Halle. Und ins Herzvorland nach Sangerhausen. In Sangerhausen startet unser erstes Abenteuer. Am Stadtrand ist eines nicht zu übersehen. Dieser Berg aus Millionen Tonnen Gestein. Nebenprodukt des Bergbaus. Wir wandern auf den Spuren des Abbaus von Kupferschiefern. Knapp 100 Jahre war der Rürig-Schacht in Betrieb. 1990 war schließlich Schicht im Schacht. Leer sind die Schächte trotzdem nicht. Auch Nicht-Bergmänner und Nicht-Bergfrauen wie ich können hier auf mehrstündige Expeditionen gehen. Bei dieser Spezialtour ist Platz für zehn. Knapp fünf Stunden in der Tiefe kosten 85 Euro pro Person. Und dafür braucht ihr neben genug zu trinken und zu essen auch eine wasserfeste Jacke, gummierte Handschuhe und Wasserschutz für die Fotoausrüstung. Helm und Watthosen stellt der Veranstalter. Und schon tauchen wir ein in die unterirdische Welt. Thomas Wösche ist unser Tourguide für die Tiefe. Wir fangen mit unserer Tour knapp 130 Meter unter der Erde an. Ich bin der Thomas, also hier so untertan, da ist man meistens beim Duo. Unsere Gruppe kommt nur langsam voran. Ja, stimmt. Von großem ist das eher ein Nachteil. Ich hab schon zweimal den Kopf gestoßen. Die Bergeleiter haben übrigens so was Ähnliches gemacht, wie wir jetzt gemacht haben. Die sind nämlich erst mal mit einer Strecke nach unten gegangen. Wir sind die ganze Zeit übrigens mit dem Flötz unterwegs. Hier unten zu unseren Füßen ist unser Kupferschieferflötz nicht abgebaut. Man sieht es deshalb auch schlecht, weil es so übersintert ist. Dafür sehen wir noch Relikte aus den frühen Abbauzeiten. Jetzt wird es nasser. Aufpassen. Es war echt butschig hier. Danke. Mehr und mehr geht der Blick statt nach unten, nach oben. Wir kommen an einer sogenannten Strebfahrt an. Das sind in den Berg gehauene Abkürzungen, die vor dem Einsatz mit Maschinen gerade einmal kniehochfahren. Durch sie gelangte der Bergmann zum begehrten Ernst. Das sind jetzt vielleicht so 50 Zentimeter. Und da kriegt der rein, hat ein Schulterbrett und ein Kniebrett. Auf dem bewegt der sich vorwärts wie so eine Raupe. Geht relativ flink, also wenn man das geschickt macht und hat da Übung drin. Es gibt so alte Berechnungen, 12 Meter pro Minute. Bei mir ist ohne Schulterbrett schon nach wenigen Metern Schluss. Jetzt habe ich auch mal ein Werkzeug vergessen, oder? Das reichen wir dir dann an. Okay. Schon sehr anstrengend. Also weiter gehe ich jetzt nicht. Da hinten geht es zwar noch irgendwie drei, vier Meter rein, aber das ist mir dann noch zu weit. So sieht es aus. Thomas, wie komme ich wieder raus? Lasse, das war nicht Teil des Planes. Teil des Planes. Bis zu acht Stunden dauerte einst eine Mettenschicht. Ich bin froh, der Enge nach wenigen Minuten entfliehen zu können. Nicht ahnend, was noch kommt. Früher war Thomas Elektroinstallateur. Bei einer Führung unter Tage wurde sein Bergmannsgeist geweckt. Es ist ganz viel Abenteuer, ganz viel Entdeckerlust, was da was ausmacht. Und ja, wahrscheinlich kriegt man das dann irgendwie mal so eingehaucht, dieses Thema, und dann kommt man nicht wieder los. Mit seiner Tour macht er totes Gestein zur lebendigen Geschichte. So lebendig, dass man die Bergarbeiter fast hören kann. Diese Hackmaschine, ein DDR-Modell, bekommen wir richtig zu hören. Alles Gutes, Armmuskeltraining. Nach dem kurzen Ausflug in die Geschichte des Bergbaus geht es weiter. Ich merke schnell, warum unsere Gruppe Watthosen trägt. Vom kleinen Rinnsal bis zur Starkdusche sucht sich das Wasser den Weg durchs Gestein. Pumpen sorgen dafür, dass das Grubenwasser nicht im Röhrigschacht bleibt. Hält das? Ja, das hält. Wir haben stabile Deckschichten erstmal über uns. Und da rüber kommt dann das löselige Gestein, was wir Korb nennen. Und da läuft das Wasser durch. Und da löst es natürlich schon Schichten auf. Gips wird aufgelöst, Salz wird aufgelöst. Aber hier unten, dieser Kalk, den wir haben, der bleibt Papier erhalten. Und da läuft es aber durch Spalten eben durch. Okay, dann vertraue ich dir. Einige hundert Meter in der Tiefe erwartet uns ein Stollen, der seit 1885 nicht mehr angerührt wurde. Mineralische Verbindungen haben den Gang in ein grünes Gewölbe unter Tage verwandelt. Was so diese Vielfalt der Natur ist. Toll. Was halt so ein Farbspiel sich ergibt, das hätte ich nicht gewusst. Toll. Tolles Anliegen. Ich war auch noch nie unter Tage und hab das noch nie gesehen. Ich bin begeistert. Was die Natur so schafft, ist schön. Und das soll nicht das einzige Highlight unserer Spezialtour bleiben. Doch vorher geht es von Untertage. Für unsere zweite Aktion erst einmal wieder Übertage. Richtung Osten nach Halle. Ihr seht schon hinter mir, es wird so langsam ein bisschen dunkel. Aber wir wollen es nicht dunkel, wir wollen es so richtig schwarz. Und wo geht das besser als in einer 3D-Blacklight-Minigolfanlage? Meine Wechselschuhe sind schon eingepackt, jetzt fehlen nur noch die Mitspieler. Ich habe mir mit Ricarda, einer guten Freundin und ihrem Neffen Carlos Verstärkung geholt. Mit ihnen zusammen werde ich mich gleich durch fünf Welten spielen. Habt ihr eine Strategie? Gewinnen? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Gewinnen. Deine Strategie ist Gewinnen? Ja, immer eigentlich. Okay, dann weiß ich ja, dass ich einen starken Gegner habe. Doch erst Kassensturz. Kinder zahlen 8,50 Euro, ab 16 Jahren kostet es 10. Weil die Genossenschaft BWG die Anlage betreibt, kommen Mitglieder für 2 Euro günstiger rein. Für die 3D-Brille wird zusätzlich 1 Euro fällig. Bevor der erste Ball rollt, schnell noch Profitipps vom Veranstalter holen. Kannst du mir noch einen Geheimtipp verraten? Immer aufs Loch zielen. Leichter gesagt als getan. Zu Beginn tauchen wir in eine Unterwasserwelt ein. Carlos und Riccarda legen gut vor. Für mich, naja. In der zweiten Welt wird es urzeitlich. Vielleicht bringen Dinosaurier ja mehr Glück. Das sieht ja cool aus. Das Ziel, so wenig Schläge wie möglich. Bei uns hört man aber vor allem ein Wort. Oh nein! Oh nein! Nein! Oh! Das war knapp! Oh nein! Oh, so knapp! Oh nein! Das war nichts. Das ist ja blöd! Oh nein! Oh nein! Ja! 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 Sehr gut! Weißt du, der Sinn des Spiels ist, es zu treffen. Ja, stimmt. Ich habe mich jetzt, glaube ich, auch gerade mitbekommen. Das Finale findet im Weltraum statt. Von Schwerelosigkeit hier allerdings keine Spur. Bei der letzten Bahn muss der Ball mitten ins Herz treffen. Oh, der ist drin! Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bäm! Zweiter Versuch! Ela, jetzt hast du den Rechtskurs. Mega cool! Doch mein Ball rollt nicht, sondern hüpft ins Ziel. Also ich weiß zwar nicht, ob das offiziell so den Regeln entspricht. Ja, drin ist drin. Carlos liegt mit 72 Punkten vor Ricarda. Hat bei mir das Anfänger-Glück gereicht? 62, 70, 72. Krass! Doppelgewinn für Carlos und mich. Zeit für ein Fazit. Und wie war es für euch? Was hat es gebracht? Also ich fand, es war mal was anderes als ein normales Mini-Golf. Das war cool. Mit den Figuren hier auch. Das war echt spannend. Weil die so, ja, halt 3D waren. Cool auf jeden Fall. Also ich fand die Effekte hier richtig krass. Da war ich erstmal voll geflasht. Das fand ich echt cool. Wobei ich auf Dauer so ein bisschen Kopfschmerzen muss, mit einer 3D-Brille. Ob mit oder ohne Brille. Für zwei Stunden Spiel konnten wir mit fluoreszierenden Farben kurz dem Alltag entfliehen. Für unsere nächste Aktion bleiben wir in Halle. Statt den Schwarzlicht-Tieren schauen wir uns heute die Echten an. Und dafür geht's in den Norden der Stadt auf den Reizberg in den Berg zur Halle. Und während hinten eigentlich schon gar keine Besucher mehr sind und so langsam die Tore schließen, geht's für uns erst richtig los. Jetzt hört man auch mal den Walzruf ganz gut. Auf mich und Tourguide Simon Kirchberger wartet ein fast Menschenlehrer Zoo. Diese zweistündige Exklusiv-Tour nach Zooschluss kostet 15 Euro pro Person. Ab dem elften Kind reduziert sich der Preis auf 12 Euro. Unter Vierjährige kommen umsonst rein. Also was ich mich ja immer gefragt habe, was eigentlich passiert, wenn im Zoo die Tore verschlossen werden und keiner mehr da ist. Passiert dann überhaupt noch was? Es gibt keine Nachtschichten, außer wir haben dann sowas Besonderes wie eine Elefantengeburt, wo dann die Tierpfleger auch über Nacht da sind, um dann eingreifen zu können, falls irgendwas passiert. Das ist aber natürlich sehr, sehr selten und passiert normalerweise nicht. Während uns manche Tiere begrüßen, sind andere von Natur aus scheu. Egal ob tags oder nachts. Die Nandos halten vorsichtig Abstand. Ganz still und leis. Was ich ja bei der Natur leise anschleichen würde, wäre das Raubtier, der Beutegreifer. Deswegen ist es manchmal praktischer zu sagen, jetzt sind wir hier, man redet mit denen. Deshalb reden auch die Tierpfleger immer mit ihren Tieren. Was kann man vielleicht abends besser sehen als tagsüber im Zoo? In den Abendstunden, solange es so ein bisschen dämmert, sieht man die meisten Tiere. Auch die Huftiere sind da noch sehr aktiv, weil auch die Dämmerungszeiten, da ist es nicht mehr so warm, da ist es ein bisschen ruhiger. Man ist der einzige Besucher hier im Zoo und es gibt keine anderen mehr. Und das ist schon eine ganz, ganz schöne Stimmung, die ich einfach sehr mag. Für die hereinbrechende Nacht gibt es nur einen Ort, an dem man bei dieser Tour nach Zooschluss sein sollte. Jetzt nochmal extra für uns aufgeschlossen. Wow. 130 Meter thront der Turm über Halle und ist damit der höchste bebaute Flecken der Stadt. Man sieht wirklich den ganzen Zoo wie ein Miniaturwesen. Im Zoo selbst ist fast jedes Licht erloschen. Unsere Dark-Tour beginnt. Wichtig ist halt, dass man einfach guckt und ein bisschen beobachtet, geduldig ist. Jetzt wird ein Teil der Tiere im Zoo erst richtig wach. Was sollten wir eigentlich hier sehen? Also hier ist es immer ganz praktisch, wenn man in die Bäume guckt. Hier leben unsere roten Pandas, das sind ja ganz extreme Baumbewohner auch, die sehr gut klettern können. Aber jetzt sieht es hier eher schlecht aus. Ich stelle ihn mir einfach vor. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Ach doch, da bewegt sich was. Doch der rote Panda hat sich heute gegen das Rampenlicht entschieden. Wir geben die Suche draußen auf. In den Innengehegen erwarten uns Tiere, die mehr als 20 Stunden am Tag aktiv sind. Bulle Abu hat uns vermutlich schon bemerkt. Denn Elefanten können Bewegungen über Infraschall schon kilometerweit wahrnehmen. Sein Auge. Wahnsinn. Er frisst, aber ich kann gerade nur aufs Auge gucken. Das ist schon sehr faszinierend, so nah ranzukommen. Wir beobachten die Drei-Generationen-Familie noch eine ganze Weile. Dann geht's zum heimlichen Star der Tour. Das hat so ein bisschen was wie von nachts im Museum. Aber wir dürfen hier sein, das ist der Unterschied. Manche Zoos, wie der Zoo Berlin, steuern durch gezielte Beleuchtung den Tag-Nacht-Rhythmus der Tiere. Am Tag wird so die Nacht simuliert. In Halle ist die Nacht aber noch Nacht. Eine Art tritt hier erst so richtig auf. Das Erdferkel. Es sind auch mit die lustigsten und fantastischsten Tiere, die es für mich hier gibt. Die sind so perfekt angepasst an ihre Lebensweise. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und die sind innerhalb der Säugetiere eigentlich mit niemandem so richtig verwandt. Wir haben auch relativ kräftige Krallen und sind so ein kleiner Mini-Bagger, der da durch diese Wanne läuft. Die können also in einer Stunde einen Meter tief, einen halben, zwei Meter tief graben. Das Erdferkelweibchen kommt erst auf Touren. Unsere Tour hingegen geht zu Ende. Und während der Mini-Bagger Erdferkel noch an der Oberfläche schaufelt, graben wir uns zurück unter die Erde, fast 300 Meter tief. Für unsere nächste Etappe brauchen wir eine weitere Kleidungsschicht. Einmal durch den Schritt und vorne wieder zurück. Und ab ins Boot. Am schwarzen Kupferschiefer entlang gleiten wir hinein in die Dunkelheit. Jedes Zeitgefühl scheint hier unten ausgesetzt. Neben Sangerhausen könnt ihr unterirdische Wassertouren in ganz Mitteldeutschland unternehmen. Bootstouren gibt's auch in Annaberg-Buchholz, Schönborn-Dreiwerden und Sondershausen. In Chemnitz ist sogar Tauchenuntertage möglich. Doch noch sind wir nicht am Ziel. Wir wollen uns in einen abgeschiedenen Teil des Bergwerks vorwagen. Seid doch bereit alle. Ich gehe mal davon aus, dass mich welche verfolgen. Der Gang ist so schmal, dass es ohne Kamerateam weitergehen muss. Da oben sind sogar noch die Usflecken vom Bergmann und seiner Lampe. Also ich verstehe jetzt, wie anstrengend dieser Knochenhartsjob gewesen sein muss. Wenn ich jetzt schon ganz aushaut. Wir sollen unser Grubenlicht ausschalten. Es wird so dunkel wie zuvor noch nie. Nur wir, die Finsternis und Thomas. Ich hatte mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich wünsche euch dann eine Minute. Du wüsst ja, wo es lang geht. Unsere Dark-Tour geht damit zu Ende. Wenn ihr genauso fasziniert seid von der Dunkelheit, dann setzt euch aufs Sofa, macht die Lichter aus und diese schönen hinreisenden Reportagen an. Und wir machen jetzt auch Feierabend und Licht aus. Ronny kann es ausmachen. Naja, ganz dunkel. Fast ganz dunkel.